Wenn der Patient mit einem feuchten Arm, der in der Praxis ist, also wenn er Symptome hat und man hat Verdacht, dann macht man spezielle Bilder. Die Bilder zeige ich Ihnen hier. Als erstes, wenn der Augenlös am Augenhintergrund schaut, dann sieht er, dass am Augenhintergrund ein typisches Bild eines Makulaödems, also Wasseransammlung am Augenhintergrund, am Punkt des Scherfs und Sehens besteht. Man sieht hier, das ist die Sehne, hier sind die Gefäße und am Punkt des Scherfs und Sehens sieht man eine Schwellung, eine komische Verwärmung. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man hier einen roten Fleck, das ist dann die Blutung, die oft bei einer feuchten Makulaödems entstehen kann. Das sieht dann der Augenhintergrund auch mit einer normalen Spaltlampe und Augenhintergrundspiegelung.